Hallo. Ja, ich bin so schnell gekommen, wie es ging. Ich habe mir unterwegs auch schon einige Gedanken gemacht. Es fehlt noch einiges für das perfekte Weihnachtsfest. Keine Sorge, wir machen das Unmögliche möglich. Es gibt nichts, was wir nicht schaffen. Last-Minute-Party-Organisationen sind genau das, wofür wir stehen und was uns Freude bereitet. Ja, okay. Dann schauen wir doch mal, welche Wünsche es noch gibt. Ja, ich würde sagen, beginnen wir doch mit dem Weihnachtsessen, um so ein paar Punkte abzuarbeiten. Und dann sagen sie einfach, welche extra Wünsche es noch gibt, okay? Gut. Also das Weihnachtsessen. Ja, okay. Ja, Gänsebraten. Mit Grünkohl und Rotkohl, okay? Ja. Und Klößen. Ja, natürlich. Die selbstgemachten auf jeden Fall. Mit Brotstücken drin, oder nicht? Okay. Okay. Und die Soße. Okay. Der Nachttisch. Für die Kinder ein Lebkuchenhaus. Das kriegen wir auf jeden Fall organisiert. Und wie groß soll es denn sein? Ah ja, okay. Ja, so eine Tischgröße ist schon sehr, sehr groß, aber es ist machbar. Ja. Und welche Süßigkeiten sollen auf den Dächern und an der Tür so verarbeitet sein? Okay. Ja. Ja, Kinder lieben meistens Kinder Schokolade, ganz klar. Ja. Gummitierchen auch, ja. Und schön viel Zuckerrand. Ja. Und vor dem Lebkuchenhaus eine Kutsche. Auch das Lebkuchen. Okay. Okay. Und die Räder. Nur aus Zucker. Ja. Unser 5 Sterne Konditor wird das auf jeden Fall hinbekommen. Ja. Okay. Okay. Und ach, da fällt Ihnen gleich noch ein. Zum Thema Schnee. Das Lebkuchenhaus soll vorne komplett eingedeckt sein mit Zuckerguss, sodass es aussieht wie Schnee. Und draußen hätten Sie gern auch noch ein bisschen mehr Schnee. Das können wir, ähm, das kriegen wir hin. Wir könnten dort einfach eine Schneemaschine aufstellen, um sicherzustellen, dass zu Weihnachten auch hundertprozentig Schnee liegt. Ja. Da müsste ich mal ganz kurz einen Anruf tätigen. Ja. Ich würde gerne drei sehr große Schneemaschinen bestellen. Für, wie groß ist nochmal das Grundstück vorne, was beschneit werden soll? Okay. Für zwei Quadratkilometer Vorgarten. Okay. Bringt Sie einfach so viel wie nötig. Es darf schon eine richtig dicke Schicht Schnee liegen. Ja. Sehr gut. Am besten so schnell wie möglich. Damit wir auch sicherstellen, dass der Schnee liegen bleibt. Dankeschön. Ja. Gut. Das kriegen wir hin. Okay. Eine Rodelbahn. Ja. Kein Problem. Und eine kleine Eisfläche zum Schlittschuhlaufen. Ja. Ja. Mit Sitzgelegenheiten am Rand. Ja. An jeder Seite. Okay. 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 Ja. Nein, nein, nein. Keine Sorge. Das ist alles noch im Rahmen. Wir hatten schon die unglaublichsten Wünsche und wir haben bis jetzt alles erfüllt bekommen. Ja. Okay. Und, ähm, ach, ein Weihnachtsmann natürlich. Ja. Ein Weihnachtsmann, der die Geschenke bringt. Ja, ich denke auch, dass vielleicht ein Weihnachtsmann mit Schlitten besser wäre, wenn es so viele Geschenke sind. Ja. Und zwei Rentiere. Und zwei Rentiere. Ja, die müssten denn allerdings vor der Tür parken, oder? Weil ich denke, das Wohnzimmer ist doch ein bisschen für so ein paar Rentiere. Nein, das ist okay. Alles klar. Einfach nur für die Anfahrt. Ja. Gut. Was gibt es denn noch an Wünschen für Geschenke? Einen neuen LCD-Fernseher. Okay. Welche Größe? 75 Zoll. Ja, das ist sehr groß, aber es könnte definitiv hierhin passen. Ja. Okay. Irgendeine bestimmte Marke. Okay. Sehr gute Wahl. Ja. Mit Surround-System. Ja. Okay. Das kriegen wir organisiert. Dann noch zwei iPads Pro für die Kinder. Okay. Mit bestimmten Farben und Mustern. Ach, okay. Ja. Einmal Pokémon. Ja. Und einmal Einhörnern. Okay. Ja. Ach, Sie haben bereits eine Liste geschrieben für alle Geschenke. Dürfte ich vielleicht mal kurz einen Blick drauf werfen? Okay. Ja. 50 weitere Geschenke insgesamt. Ja, das ist eine Menge. Allerdings. Wir haben ja, wie gesagt, unseren Weihnachtsschlitten. Und unser Großländler bringt eigentlich alles ran. Ja. Ich werde die Liste dann gleich mal weiterreichen. Ja. Okay. Und die Kinder würden gerne eine Real-Life-Among-Us-Version spielen. Okay. Gibt es dann genug Freunde hier dann zum Weihnachtsfest oder sollen wir die auch organisieren? Okay. Die Einhaltung des Abstands. Das wird kein Problem sein. Wir werden die Gäste vorher alle testen lassen. Ja. Es wird ein absolut sicheres Weihnachtsfest. Ja. Wir werden gleich die Termine rausschicken. Ja. Mhm. Okay. Also, Sie finden diesen Weihnachtssänger aus diesem Weihnachtsmusik-Video so toll? Und ja, wir können Moe mal anfragen, ob er auf ihrer Party spielen würde. Das ist wirklich eine Sache, die ich nicht hundertprozentig garantieren kann. Weil das hängt davon natürlich ab, wie seine Pläne aussehen. Aber wir werden alles tun. Das Budget. Okay. Ich denke, da wird er nicht Nein sagen. Ja. Und diese Hütten-Atmosphäre haben wir ja hier bei Ihnen auch. Ja. Er wird es lieben. Okay. Ja. Der Champagner. Ja, den hatte ich schon eingekuliert. Das Dessert soll auch Champagner entscheiden. Ja, natürlich. Ja. Okay. Mit extra Karamellcreme. Ja. Okay. Dann schicke ich noch unsere beste Kosmetikerin vorbei. Und Stylistin. Und soll es noch eine Auswahl an Outfits sein, Kleidern. Okay. Ja. Welche Größe soll es denn sein? Ja. Das ist kein Problem. Wir bringen die Kleider in drei verschiedenen Größen mit. Die fallen ja alle unterschiedlich aus. Und dann eins davon wird schon passen. Welche Farben sind die von Ihnen bevorzugten? Gold. Ja. Gold. Passend zu Weihnachten. Auf jeden Fall. Ja. Schuhe. Begeweb. Ja. Verständlich. Super. Okay. Ja. Ja. In den paar Tagen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ja. Ja. und sich keine Sorgen machen. Wenn Sie noch extra Wünsche haben oder Ihnen noch was einfällt spontan, dann rufen Sie mich einfach an und dann werde ich alles in die Wege leiten. Gut, dann mache ich mich jetzt ans Telefonieren und organisiere alle Wünsche und Sie können sich jetzt zurücklehnen. Ja, okay, gut. Also aktivieren. Ja. 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 Vielen Dank.